Applaus, Belinda fehlt! In den Detmolder Schlossspatzen, ein ganz bekannter Kinderchor hier in Deutschland. Angefangen glaube ich, wo in der Kirche? Ja, natürlich. In der Kirche angefangen. Meine Damen und Herren, eine der jungen Damen, die aus Musical, Broadway Melodien und Pop und Rockmusik eigentlich etwas macht. Fangen wir mal an, gleich mit dem ersten. Ich sage den Titel nicht, ich glaube, jeder von Ihnen kennt sie. Ich hole die Meldung in meinem Wohlflauern. Ich bin in deinem Lied. Ich gehe die Meldung in deinem Lied. Hier kann ich in deine Augen hin und verscheuze ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das nächste ist etwas schneller, Destiny. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020